Der parlamentarische CDU-CSU-Geschäftsführer Thorsten Frey hat einen interessanten Artikel in der FAZ geschrieben über die aktuelle Asylpolitik in Deutschland. Er fordert nämlich hier ein jährliches Kontingent von 300.000 bis 400.000 Menschen, die Deutschland und auch andere Länder jeweils aufnehmen sollen, anstatt dass das Ganze unbegrenzt ist, wie es aktuell abläuft. Damit moin zusammen, mein Name ist Olli. Wenn du neu bist und kritischen Content magst, bist du hier genau richtig. Und wir gucken uns die Situation an. Da sehen wir nämlich hier in der Welt den Artikel, die über den FAZ-Artikel wiederum geschrieben haben. Unionsgeschäftsführer will Individualrecht auf Asyl abschaffen, so heißt es hier. Und dazu müssen wir uns erstmal angucken, was genau ist dieses Individualrecht. Denn der Spiegel hat das ganz gut hier bereits 2015, nachdem die erste große Welle ja gekommen ist, mal dargestellt. Mit der Dublin-Verordnung regelt Europa die Aufnahme von Flüchtlingen. Aber wie funktioniert das System und wo liegen seine Schwächen? So, und dann sehen wir nämlich hier den ersten Punkt, diese Dublin-Verordnung. Hat bestimmt jeder schon mal irgendwie gehört. Die Dublin-Verordnung regelt, welcher Staat für die Bearbeitung eines Antrags innerhalb der EU zuständig ist. So soll sichergestellt werden, dass ein Antrag innerhalb der EU nur einmal geprüft werden muss. Sonst könnte man ja, ja, hier ist abgelehnt, versucht dann irgendwie ins nächste Land zu kommen und macht es dann dort. Nehmen wir an, einer der Geflüchteten würde jetzt beispielsweise in Italien ankommen. Ist er auch verpflichtet dazu, dort den Antrag zu stellen und würde dann quasi dort auch bleiben müssen. Das aber funktioniert ja offensichtlich nicht so richtig, wie wir mittlerweile wissen. Denn viele reisen ja dann weiter durch Ungarn durch beispielsweise, wenn man vom Balkan auskommt. Oder Italien, wenn man dort ankommt, zack, nach Österreich. Oder auch die Schweiz, das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Die Schweiz wiederum schiebt die Leute einfach, wenn ich das jetzt ganz blöd besprochen, weiter nach Deutschland. Das hatte nämlich die NZZ bereits auch im Februar diesen Jahres berichtet. Die Schweiz lässt mehr Flüchtlinge ungindert durchs Land reisen. Das sorgt für deutsche Kritik. Also da sind halt wirklich sehr, sehr viele Punkte, über die man hier an der Stelle diskutieren und sprechen muss. Kurzum, dass die Leute natürlich versuchen, nach Deutschland zu kommen, hat verschiedene Gründe. Und ich sage mal, am Wetter liegt es in Deutschland wohl eher nicht, sondern natürlich an vielen Zuleistungen, die gemacht werden, sodass es den Menschen hier gut geht. Und das muss man als legitim betrachten, meiner Meinung nach. Man versucht für sich selbst und seine Familie immer das Maximum rauszuholen. Das mache ich genauso, keine Frage. Dass das natürlich so nicht weitergehen kann und jetzt endlich mal angesprochen wird, das wiederum finde ich persönlich schon mal ganz gut. Weil es, wie gesagt, so nicht ewig weitergehen kann. Das merken wir an der Fülle an Menschen, die wir mittlerweile in diesem Land hier haben. Was sagt der Mann, der Thorsten Frei hier noch weiterhin konkret? Und er sagt hier, theoretisch hätten 35 Millionen Afghanen das Recht, in Deutschland aufgenommen zu werden, schrieb er in einem Beitrag. Damit möglichst wenig Menschen ihr Recht in Anspruch nehmen, knüpfen wir es an die Voraussetzung eines Antrags auf europäischem Boden. Diese Auswahl sei aber zutiefst inhuman. Wer zu alt, zu schwach, zu arm oder zu krank ist, ist chancenlos. Das heißt, die Leute, die gar nicht die Möglichkeit haben, zu flüchten, die würden gar nicht in den Genuss kommen, hier in Deutschland einen Antrag zu stellen. Deswegen möchte er halt so hingehen, wie es hier heißt, ein Kontingent von 300.000 bis 400.000 Schutzbehörftigen direkt im Ausland aufzunehmen und die 27 Mitgliedstaaten zu verteilen, wiederum. Und dann sollen die eingeflogen werden. Wir haben Platz, ist ja diese Plattitüde, die hier immer wieder genannt wird. Und da muss man direkt auch, ja, das ist ein kritisches Thema, natürlich, keine Frage, man wird definitiv direkt in die Ecke gestellt, wenn man sich hier kritisch äußert. Das kennen wir mittlerweile seit 2015 spätestens. Aber man muss es in Frage stellen, warum sollen wir so viele Menschen aufnehmen? Ich spreche mich ganz klar für eine geregelte Zuwanderung aus von Fachkräften, von Menschen, die wir brauchen, um unsere Sozialsysteme nicht zu belasten, sondern zu entlasten. Dass das Menschen sind, die hier arbeiten, die hier etwas zum Wirtschaftsfaktor beitragen. Das ist eine sinnvolle Maßnahme. Und Herr Seehofer, wer ihn noch kennt, hatte sich 2016, nach der ersten großen Welle 2015, so ausgesprochen. Guckt euch das mal an, im Deutschlandfunkarchiv habe ich dies hier gefunden, habe mich vage zurückerinnert. Bis zu 200.000 Flüchtlinge pro Jahr wären verkraftbar in Deutschland, hatte er gesagt. Und alles, was darüber hinausgehe, halte er für zu viel, sagte er, der Bild am Sonntag. Und das Ganze wäre schäbig und skrupellos, kommentierte die Opposition seinerzeit. Wir wissen ja mittlerweile, was hier passiert ist. Wenn man sich nämlich anguckt, wie viele Asylanträge in Deutschland insgesamt gestellt werden, sehen wir diese Zahlen hier. Und wir sehen dann jetzt hier, 2015, 2016 war es ja im Peak vorhanden mit 476.000 bzw. 745.000. Dann ging das Ganze mal ein bisschen runter, klar, zu C-Zeit 2020 massiv runter. Aber jetzt ist es natürlich wieder ordentlich gestiegen auf 190.000 im Jahr 2021, 244.000 im letzten Jahr. Und bislang 162.000 für das Jahr 2023. Also da wird eine ähnliche Zahl stehen, Ende des Jahres vermute ich. Weiterhin interessant ist, wie sieht denn die Kostensituation für dieses ganze Thema aus? Weil da immer wieder verschiedene Zahlen kursieren, gucken wir uns das ganz offiziell, hier seht ihr es auf der Seite 1, vom Deutschen Bundestag, Finanzplan des Bundes 2022 bis 2026 vom August 2022 gerne gemeinsam an. Und da finden wir nämlich auf der Seite 49 diese interessante Tabelle, noch ein bisschen größer, so. Und dann haben wir hier einmal die Fluchtursachenbekämpfung. Da haben wir einen Ist von 9,8 Milliarden Euro sind das, einen Soll bei 8,7 Milliarden im Jahr 2022. Und das Ganze wird hier in den Summen weiter so laufen. Ich möchte mal hier im Bundeshaushalt gesamt die geplanten Zahlen festhalten. Wir haben einen Ist gehabt von 21,6, einen Soll von 22 Milliarden. Ich runde jetzt nur noch, weil es so viele Zahlen sind, 16,23 Milliarden, also für dieses Jahr sind geplant. Das, was ich so irrational daran finde, die Ursachenbekämpfung liegt in diesem Jahr voraussichtlich bei gerundet 8 Milliarden. Wenn man diese anderen Zahlen hier zusammenrechnet, die Aufnahmeregistrierung und so weiter, eine Milliarde Integrationsleistung, 2 Milliarden, Sozialtransferleistung über 5 Milliarden, hier nochmal 0,4 Milliarden dazu, sind das 9 Milliarden Euro. Das heißt, für die Gesamtkosten, die dadurch entstehen, werden mehr Gelder ausgegeben, als für die Fluchtursachenbekämpfung. Ist das nicht irrational? Finde ich total krass. Weiterhin interessant ist, dass es im Bundestag letztes Jahr bereits in verschiedenen Lesungen auch eine Forderung nach Abschiebungsoffensive gekommen ist. Gab es natürlich sehr, sehr starken Widerstand, der nicht gewünscht war. Und das Ganze war nämlich im April 2022 und dann hieß es hier unter anderem von der AfD auch, in Deutschland befänden sich mehr als 800.000 abgelehnte Asylbewerber, von denen ein Großteil ausreisepflichtig sei. Dem stünden rund 10.000 Abschiebungen pro Jahr gegenüber. Und das ist eine Sache, die kann ich persönlich absolut nicht nachvollziehen. Wie kann es dann sein, dass jemand hier sein Asylverfahren verloren, in Anführungsstrichen, hat, abgeschoben werden soll, aber der dennoch hier weiterhin ist in Deutschland. Und da ganz genaue Zahlen zu finden, ist relativ schwierig, aber ich habe ein bisschen was gefunden, die ich euch zeigen möchte. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung finden wir nämlich diese Tabelle, Abschiebungen in Deutschland, in absoluten Zahlen und die sind wirklich relativ gering, wenn man sich das anguckt. Wenn wir dann nämlich weiter gucken, sehen wir hier einen Artikel aus 2020, mindestens 187.000 ausreisepflichtige Asylbewerber in Deutschland. Das war rausgekommen über eine Umfrage bei den 16 Innenministerien der Länder. Aktuellere Zahlen konnte ich im Spiegel finden aus dem Juni 2022. Knapp 300.000 Menschen in Deutschland sind ausreisepflichtig. Also diese Zahl steigt offensichtlich deutlich an und wird nicht richtig durchgesetzt. Zum Thorsten Frey zurückzukommen gab es natürlich jetzt massive Kritik schon, dass er solche Worte in den Mund genommen hat, dass so etwas hier gefordert wurde. Zum Beispiel von dem SPD-Fraktionsvize hieß es, das Ganze wäre realitätsfremd. Welcher vor Gewalt und Verfolgung Flüchtende verharrt schon, wo er ist und meldet sich ordentlich an und so weiter. Aber auch von den Grünen kommt hier natürlich Kritik, genauso wie auch von der FDP etc. pp. Und man muss dazu sagen, ich glaube, diese Meldung kommt nur oder diese Meinungsäußerung von Thorsten Frey und diese Forderung sowieso nur, weil die Alternative für Deutschland so stark aktuell in Umfragewerten ist. Und die CDU versucht und sucht, sich eine Daseinsberechtigung zu finden. Man muss es ja so sehen, die SPD hat sich politisch ja massiv verändert. Wenn ich daran zurückdenke, dass mein Vater als Student die SPD aus Überzeugung und als Arbeiter gewählt hat, weil es eine Arbeiterpartei war. Heute, was ist denn mit vielen Mitgliedern aus der SPD passiert? Die sind zur Partei Die Linke weggegangen. Weil wenn sie linke Politik möchten, möchten sie die in reiner Form haben. Bei der Linken bekommen sie die. Und bei der SPD bekommen sie das mittlerweile irgendwie auch, aber noch nicht so richtig 100%. Und genau was ähnliches sieht man doch in der CDU. Aus der CDU sind viele Menschen geflohen, rausgegangen aus der Partei und sagen, ja, bei der AfD fühle ich mich besser aufgehoben, weil dort die Werte und die Einstellungen vertreten werden, die vor 10, 20 Jahren dort aktuell waren bei der CDU. Und das ist ein ganz großes Problem für die Partei CDU, sodass sie aktuell keinen klaren Kurs hat. Und das liegt ganz klar in der Verantwortung von Friedrich Merz. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinung zu dem Thema, welches wir jetzt ausführlich besprochen haben. Wie seht ihr das? Und was meint ihr, wäre diese Obergrenze, diese Verteilungssituation, sage ich mal dazu, besser? Oder wie sollte man da vorgehen? Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Haut rein, bis zum nächsten und ciao. Auf Wiedersehen.